Willkommen zu 24 kleinen Tipps, mit denen du deine Yoga-Praxis verbessern kannst. Tipp Nummer 3. Bei vielen Übungen im Yoga bist du in einer leichten Schrittstellung und hast hinten ein Bein gestreckt. Ob das jetzt die Dreiecksposition ist, die gedrehte Dreiecksposition, der Einserkrieger, Zweierkrieger. Immer wieder einmal hast du das hintere Bein gestreckt. Und hier passiert es gerne, dass das Knie instabil hier so richtig schön reinsackt. Vermeide das, indem du die Fußaußenkante vom hinteren Bein Richtung Boden schiebst und dadurch eigentlich gleichzeitig hier das Fußgewölbe gut aufbaust. Das stabilisiert dir das Knie des hinteren Beines. Und egal welche Übung du machst, auch wenn die Aufmerksamkeit eher vorn ist, vergiss das hintere Bein nicht. Den Fuß des hinteren Beines gut im Boden verwurzeln, die Fußaußenkante Richtung Boden schieben.